Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ja auch schon so schön. Ja, der muss erst mal hinreifen, wo wir ankommen. Ja, das ist ein bisschen länger. Wir schreiten hinten, wir fangen mal aus und wir schreiten hier hinten. Wir machen immer so, dass die Fassade lange halten bleibt, oder? Es geht, weich wie Butter ist. Ja, wir brauchen mal Teller. Ja, jetzt gibt es eine kleine organisatorische Panne, wir haben nicht genug Teller. Ich gehe aber davon aus, Herr Janke, wir holen jetzt Teller, wir sind auf dem Weg. Und ich denke, der Kuchen ist so groß, dass fast alle von Ihnen, vom Publikum, auch ein kleines Stück von dem Kuchen vom Volksempfänger bekommen. Wenn die Fotos fertig sind, bitte ich schon mal die Gruppe um Barbara Milou auf die Bühne. Denn jetzt geht es um die Musikfarbe, um Musik von und für Radio Leineherz. Barbara Milou, ihre sympathische Stimme mit ihrer Kombo hier auf der Bühne. Und während die Politiker und die Mitarbeiter von Radio Flora, von, oh, Entschuldigung, Radio Leineherz, Entschuldigung, wollte es. Radio Leineherz, Entschuldigung, Entschuldigung. Radio Leineherz, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.